Hallo meine lieben Schützen! Willkommen im Februar 2016 zu eurer Tarotkartenlegung für ich denke alle zentralen Lebensbereiche. Tendenzielle Legung für euch, wenn ihr im Sonnenzeichen, im Aszendenten oder im Mondzeichen Schütze seid. Also schaut euch auch gern mal die anderen Videos an. Wir haben mal wieder die wichtigen Themen, Wellness, Gesundheit im weiteren Sinne, sowie den Beruf, die Liebe, Kreativität, Hobbys, also alles was ich denke mal so im Leben präsent ist für die meisten von uns. Jetzt habe ich auch nochmal befragt, mein Kartendeck, wie es denn so um die allgemeine Energie steht in diesem Monat, die uns alle angeht. Und hier haben wir sehr schön den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist eine Energie und eine Atmosphäre von Leidenschaft, von Unternehmungslust, von Feuer, sehr viel Energie, Idealismus und auch wirklich mit den Idealen so verschmelzen, dass man dann auch die Energie hat, diese zu verwirklichen und wirklich nach vorne zu gehen und zu kämpfen auch und sich einzusetzen. Aber auch sehr viel Lebenslust. Ja, einfach Lebenslust, Unternehmungen, dass dann auch einfach wieder mehr Energie auch ist für zum Beispiel sportliche Aktivitäten, vielleicht auch militärische. Also einfach wirklich sehr, sehr viel Feuer und sehr viel Draufgängertum und Tatendrang. Jetzt habe ich natürlich auch selbst mal dieses Kartendeck gemacht. Damit habe ich auch schon sehr oft gelegt, die, die meine Videos schon kennen. Und hier habe ich zum Ritter der Stäbe habe ich nämlich Che Guevara auf dem Bild. Also ich weiß nicht, ob das so ein typisches Bild ist, vielleicht eher nicht von Che Guevara. Der war ja kubanischer Revolutionsführer und gilt auch als wirklich sehr leidenschaftliche Person, die für marxistische Werte in der Vergangenheit sehr eingestanden hat und sehr gekämpft hat, aber auch ansonsten als, ich glaube auch als Frauenschwarm, oder? Also auf alle Fälle jemand, der jetzt nicht unbedingt Däumchen gedreht hat, sage ich mal, oder sich, sondern halt wirklich nach vorne gegangen ist mit seinen Werten und diese auch in die Tat umgesetzt hat. Also das heißt irgendwie dieser Februar, der wird um einiges wärmer und um einiges uns viel mehr Energie wieder geben, als es der Januar getan hat. Also der Januar, der war ja, fand ich jetzt so ein bisschen lahm, um es mal so verlob zu sagen. Und der Februar, der dürfte eigentlich wieder etwas mehr Schwung und Energie in die Sache reinbringen und in unser Leben. So, da hätten wir jetzt hier unser schönes Kartenbeck bzw. die Kartenlegung an sich. Also oben hätten wir die Themen Gesundheit, Wellness, einfach wie es euch physisch und psychisch tendenziell geht. Und dann geht es weiter mit Beruf und Finanzen, mit den kreativen Hobbys, Projekten oder ehrenamtlichen Sachen und mit der Liebe und einfach mit dem sozialen Umfeld, welches so in eurem Leben präsent ist. Ja, die erste Sparte hier, da hätten wir die Zeit vom 1. bis zum 10. Februar, 16 ungefähr. Dann vom 10. bis zum 20. Februar ungefähr. Und hier vom 20. bis Schluss. Nehmen wir mal die erste Zeit hier. Wellness, Gesundheit, wie geht es euch denn so allgemein? Da hätten wir die vier der Münzen. Die vier der Münzen ist eigentlich eine Energie von Sicherheit. Von Sicherheit, aber diese Sicherheit, die kann auch einengend sein. Also diese Sicherheit, wenn es um materielle Belange geht, wenn es um die Liebe geht, dann ist diese Sicherheit auch oft so nach dem Motto, ich bin hier sicher, weil ich materiell abgesichert bin oder weil ich einfach einen Partner habe vielleicht und sonst irgendwie vielleicht Probleme hätte einzufinden. Sicherheit im Sinne von, es ist alles aber auch ein bisschen einengend und vielleicht auch langweilig und vielleicht nicht so leidenschaftlich, wie es hier unser Ritter gern hätte. Ja, aber im gesundheitlichen Bereich bedeutet das entweder, dass ihr die Sicherheit sucht im Sinne von Institutionen. Vielleicht sagt, okay, die Sache braucht Disziplin. Also entweder ihr geht in eine Institution und vielleicht in ein, also ja, das ist natürlich hier sehr allgemein. Also es ist einfach eine Karte der Disziplin. Also wer zum Beispiel sich diszipliniert und sein Sportprogramm macht, der verzichtet dann vielleicht auf die Brunch-Besuche. Dafür zeitigt das Ganze aber Ergebnisse. Ja, oder wenn, wenn du genau weißt, du brauchst irgendwie Hilfe und musst in ein Krankenhaus oder in einen anderen, in eine andere Institution, dann gehst du da hin und weißt auch ganz genau, das ist jetzt hier nicht wegen meiner Lebensfreude gerade, sondern einfach damit mir das hilft und weil es einfach vernünftig und gut ist. Okay? Also das heißt, das kann gut sein, dass du solche Schritte in diesem Monat für dich machst. Ja, mit dem Rauchen aufhörst oder so oder hier mit dem Glühwein. Also der Winter ist ja auch vorbei. Das ist wieder mein eigenes Kartendeck. Das stelle ich auch immer mal wieder vor. Also vier der Münzen im Sinne von Gesundheit, Wohlbefinden, auch psychische Wellness, also einfach, wie es euch geht, ja. Dann hätten wir Arbeit und Finanzen. Das ist sehr interessant. Also am Anfang vom Monat 1. bis 10. haben wir hier die 2. Kirche. Entweder du bist in einem wunderbaren Arbeitsumfeld und du fühlst dich mit den Menschen, die dich dort umgeben, sehr, sehr wohl mit Arbeitskollegen. Oder du findest dort jemanden sogar, an den du dich verliebst und wo das auch auf Gegenseitigkeit beruht, auf der Arbeit. Oder du machst deinen Job einfach herzensgerne und bist einfach und hast nette Kunden auf irgendeine Art und Weise. Das ist jetzt nicht die riesen Finanzkarte, aber es sieht eigentlich danach aus, dass du dich auf der Arbeit wohlfühlst. Und ich denke halt immer mal, meistens fühlt man sich auch wohl, wenn man auch materiell ganz gut steht. Und ich denke, diese Karte sagt das schon aus, dass das jetzt erstmal gut läuft auf der Arbeit, ja. Okay, dann hätten wir hier noch weiter und zwar im Bereich Hobbys, kreative Projekte und es können aber auch ehrenamtliche Geschichten sein, ja. Also alles, was du nebenbei machst, aber auch der Nebenjob oder etwas, was eigentlich deine Berufung ist zum Beispiel und du das immer mehr in Richtung Beruf führst, ja. Und hier ist die Karte, die sagt ganz, ganz, ganz klar, das ist die Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit im Sinne von, wenn du die Weiterbildung machst, wirst du dafür anerkannt oder kannst dann auch einsteigen im Job. Oder wenn du, ich sag mal, so wie du in den Wald hineinrufst, du schaltest dann eben auch heraus, ne. Was auch immer es ist, was es braucht. Also das ist einfach, die Logik ist da auf deiner Seite, ne. Also wenn du, ja, dich engagierst, eine Bewerbung schreibst, dann sagt die Gerechtigkeit, ja, du hast die Bewerbung geschrieben, du hast dich informiert, wie man sowas schreibt. Und du hast dich über den, äh, den Laden da informiert, wo du dich bewirbst, etc. Dann kommt es dann auch. Also wenn es jetzt hier einfach eine Sache ist, von wegen Hobby und sowas und das, was du, was dir jetzt einfällt, was dein Hobby ist, es kann deine Band sein, es kann dein, ähm, Online-Blumenshop sein oder so, oder Cupcake, keine Ahnung. Das Buch, an dem du schreibst oder die ehrenamtliche Sache, die du da vorantreibst, sagt einfach die Karte, wenn du dich da reinknießt, dich engagierst und, ähm, dich auch vorstellst vielleicht, wenn es um Gruppen geht, dann bekommst du schon genau das, was du verdienst oder wie du dich eben, äh, engagiert hast, du kommst auch gut. Aber es liegt halt an dir, du musst hingehen und du hast hier halt diese Lorbeeren oder ich sag mal, du musst dich da vorstellen und du musst es vorantreiben. Dann in der Liebe, in der Liebe bist du der Sieger. Hey, das ist die Siegeskarte, die 6 der Stäbe. Auch sehr leidenschaftlich, Stäbe sind sehr abenteuerlustig und leidenschaftlich. Für mich sind die Stäbe hier, die habe ich auch ein bisschen amerikamäßig gemacht mit Cowboy und Indianer. Und, ähm, außer jetzt hier unser Che Guevara. Der ist jetzt nicht ganz so einzuordnen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist halt einfach so eine, ähm, durchsetzungsfähige, sehr feurige Energie. Und, äh, dieses Feuer kommt in der Liebe sehr gut rein. Passt auch hier zu unserem, zu unserer, ähm, allgemeinen Energie, der Ritter der Stäbe, ne, die ich ja ganz am Anfang vorgestellt habe. Also, es dürfte doch sehr leidenschaftlich werden. Und du bist der Sieger. Also, ob es um einen Wunschpartner geht, ob es um eine Situationsverbesserung geht in der Beziehung oder etwas in der Art. Was auch immer du in der Liebe haben möchtest, wenn du da danach suchst. Dann kannst du da Siegen tatsächlich oder jemanden erobern. Ja, oder du wirst erobert, aber auf alle Fälle ist das eine sehr positive Karte. Ähm, ja, genau. Das soziale Umfeld am Anfang von Februar 2016. Vom 1. bis zum 10. sind wir ja noch. Die Acht der Münzen. Ähm, ja, ist ein recht arbeitsames Umfeld, würde ich sagen. Die Münzen, die stehen ja sehr für die Materie, für Geld, für Nahrung, für alle sinnlichen Erlebnisse, die Erden, ja. Ähm, und die Münzen, also die Acht der Münzen, da ist halt auf dem klassischen Rider-Waite-Deck, ist da jemand abgebildet, der am Arbeiten ist, ne. Der, so ein Bildhauer, der da irgendwie an einem Stein hämmert oder etwas zurecht biegt, irgendwie und einfach am Arbeiten ist. Also es kann sein, dass du ein sehr arbeitsames Umfeld hast. Auf jeden Fall sind die Leute engagiert in deiner Umgebung. Und vielleicht ist es auch so, dass du, ja, recht viel am Arbeiten bist, ne. Schau, das sagt auch oben bei, bei diesem ganzen Wellness und wie es dir so geht, ist es ja auch die vier der Münzen, also die hat ja was mit Disziplin zu tun. Vielleicht disziplinierst du dich da sehr in deinem Vorhaben, in deinen Projekten und auf der Arbeit. Und das Umfeld ist eben sehr diszipliniert oder einfach arbeitsam und fleißig. Auf jeden Fall sind alle fleißig. Und erwarten vielleicht auch dass, dass, dass dasselbe von dir, ne. Okay, in der Mitte vom Monat, vom 10. bis zum 20. haben wir, wie es dir so allgemein geht, da oben das Ast der Münzen. Das ist super. Also das Ast der Münzen, das zeigt eigentlich, dass wenn du etwas vorhast, etwas tun möchtest, dass du es in dieser Zeit materialisieren wirst, also damit anfangen wirst. Ich drehe es mal richtig rum. Da sind so Schätze und so weiter, das ist ja auch eine Münzkarte. Also ich habe ja auch diese Tageskarten-Videos gemacht und immer wenn das Ast der Münzen war, war das dann so ein Tag, wo ich dann endlich wieder mit dem Sportprogramm angefangen habe. Oder etwas anderes Wichtiges wieder begonnen habe und dann auch durchgezogen habe. Und das Ast ist dann so wirklich der Anfang von einer Tat, die, weil das ja auch eine Münzkarte ist und die Münzen sind ja eben sehr, sehr erdhaft. Also sie haben was mit der Natur zu tun, wie gesagt nochmal mit den Finanzen, aber auch mit der Gesundheit. Weil die Gesundheit ist ja auch unser Körper, ja. Also alles, was du in Richtung Gesundheit machst, und das ist ja jeder Schütze macht ja was anderes, geht gut voran. Also beziehungsweise voran, du fängst dann wirklich an mit der Kur. Du fängst an mit dem Programm. Alles, was du da vorher überlegt hast, das kannst du dann hier sehr, sehr gut anfangen und beginnen. Das wird dann am 10. sehr gut funktionieren. Okay, dann wäre hier weiter von 10. bis zum 20. die Arbeit nochmal. Die Arbeit, da ist es ruhig. Also die Hohepriesterin, die ist jetzt nicht so die große finanzielle Gewinnerin überhaupt nicht. Die Hohepriesterin ist eine Nonne. Also die Karte steht hier für Intuition. Also wenn du einen kontemplativen Beruf irgendwie hast, ja, wo deine Intuition gefragt ist, dein Bauchgefühl, dann ist die Hohepriesterin da wunderbar. Ja, aber wenn du jetzt das große Geld verdienen willst, in der Mitte vom Monat, dann gilt es eigentlich zuzuwarten und auf sein Bauchgefühl zu vertrauen eher. Und da jetzt nicht so die großen Sprünge zu erwarten, aber eigentlich solltest du, also die ist finanziell sehr ruhig, diese Karte. Aber die ist auch Gott sei Dank auch sonst sehr ruhig. Also da ist jetzt auch kein Stress zu erwarten auf der Arbeit, sondern eigentlich sollte es sehr, sehr harmonisch sein. Also auch als Tageskarten sind diese Hohepriesterin-Karten, finde ich sehr angenehm, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja, also wenn du wirklich was verdienen willst und da so einen Puffer brauchst, damit du, ja, dich wohlfühlst, dann würde ich zum Beispiel so finanziell eher am Anfang vom Monat gucken, dass du da was Gutes auf die Beine kriegst, ja. Das geht auch gut über Leute. Vielleicht kannst du Kunden gewinnen. Also hier kannst du wirklich Kunden gewinnen, ja, am Anfang vom Monat. Weil die Hohepriesterin ist in der Mitte sehr ruhig. Und übrigens geht das hier am Ende vom Monat beruflich auch ein bisschen, ja, ein bisschen konkurrenzmäßig weiter, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Da sind viele, also da ist einfach sehr viel Konkurrenz in der Luft. Also die beste Zeit wirklich, dich gut zu positionieren, ist der Anfang hier. Versuch da mal die ganze Energie da reinzubringen. Du hast da oben die Münzkarten, was dein Wohlfühlgefühl angeht, so, oder einfach wie es dir geht. Und die sind auch gut, die sind sehr unterstützend, schon mal physisch. Gut. Kreative Projekte, Hobbys, ehrenamtliche Tätigkeiten, aber auch Nebenjobs, ja. Die Königin der Schwerter, also entweder kommt eine Frau, die sehr, sehr kopflastig ist, sag ich mal, wenig romantisch ist, sondern aber auch wirklich einen guten Durchblick hat. Das kann eine glasklare, gut, ja, die Dinge durchschauende und sehr intelligente Rechtsanwältin sein oder Ärztin oder Chirurgin, also irgendwie sowas. Also so jemand, dem du auch nichts vormachen kannst, ja. Und so eine Frau, also die Königinnen und Könige, die sind dann irgendwie Mitte 40, ab Mitte 40 alt, so, auf, da so reifere Altersklasse, sag ich, mittleren Alter. Und diese Frau, die kommt entweder in dein Leben hier und hilft dir vielleicht sogar bei den Projekten. Das kann eine Sponsorin sein, das kann aber auch zum Beispiel irgendwie eine Anwältin sein, die dich berät, kann eine Beraterin sein oder es kann einfach eine Energie sein von Unabhängigkeit. Ja, das ist eine sehr unabhängige Frau, die hat sich von allen möglichen Illusionen befreit, ja. Okay. Die muss nicht total kaltherzig sein, aber die kann einfach, die kann auf jeden Fall Gefühle von Intellekt unterscheiden und die verrennt sich nicht in Gefühle, sondern durchschaut die Sache und überlegt sich dann, wie sie darauf reagiert. Und auch eben sehr rational. Dann hätten wir hier noch. In der Liebe, also das ist sehr, sehr schön hier übrigens, also hier geht es um Draufgängertum, also das ist jetzt hier gar nicht so sehr das Romantische. Also auf jeden Fall ist das so, dass du Bestätigung bekommst und gewinnst. Vielleicht gewinnst du auch eine Art Konflikt oder so oder vielleicht stehst du vor einem Partner und da ist irgendwie noch so eine Nebenbuhlerin oder ein Nebenbuhler oder sowas und du gewinnst das, ja. So kann man es sich so nennen. Und dann bist du hier auf einem guten Weg weiterhin. Also die drei der Stäbe zeigt einfach an, dass man eine gute Anhöhe erreicht hat, eine schöne Aussicht hat, wie man hier sieht. Und aber trotzdem noch weiß, dass man ein paar Stufen weitergehen soll. Das heißt, diese Eroberung ist jetzt noch keine feste Ehe oder Beziehung, falls es darum gehen sollte. Oder wenn es dir einfach um den emotionalen Bereich geht, ja, um deine Lieben allgemein, dann geht es darum, dass du auf einem guten Weg bist, da was zu stabilisieren. Aber es ist halt auch noch nicht, ihr seid noch nicht am Endziel, ja. Aber ihr habt einen guten Weg vor euch. Oder du auf irgendeine Art und Weise für dich. Was auch immer mit Gefühl und Liebe bei dir in deinem Leben zu tun hat, ja. Okay. Dann hätten wir hier unser soziales Umfeld. Das soziale Umfeld, das ist halt echt Familie. Das können Freunde sein, das können die Arbeitskollegen sein. Das ist auch die Blumenverkäuferin, sag ich mal. Also einfach alle Leute, die dich so umgeben. Sechs der Münzen, das ist ja Wahnsinn. Du hast eigentlich ein sehr, sehr gediegenes, klares, materiell, sehr interessantes, sicheres Umfeld. Guck mal, die arbeiten hier, die Leute. Die acht der Münzen. Also entweder, da ist auch Geld vorhanden und materielle Ressourcen. Auf jeden Fall wird auch sehr, sehr viel dafür gemacht hier. Und hier ist das die sechs der Münzen. Da ist bei dem Rider-Waite-Dex im Klassischen, da sind zwei Menschen abgebildet. Der eine kniet und ist so am Betteln und der andere, der steht vor ihm und gibt ihm etwas. Also entweder du hast ein Umfeld, was dich unterstützt, was entweder dich sponsert oder irgendwie dein Projekt sponsert und wohlwollend ist. Also auf jeden Fall, so kann man es nennen, ein wohlwollendes Umfeld. Das muss nicht materiell sein. Das kann auch, wobei, das sind aber Münzen, ja. Münzen sind oft materiell. Also vielleicht unterstützt dich irgendjemand aus deinem Umfeld. Auf alle Fälle sind ja die Münzen auch, wie gesagt, Erde und Sinnlichkeit und sich wohlgenährt fühlen und so. Also das ist, die Ebene stimmt da auf alle Fälle. Also auf alle Fälle ist die Umgebung sehr, sehr bodenständig. Du hast eine bodenständige Umgebung. Die Münzmenschen, die können auch manchmal so ein bisschen spießig sein oder verstehen dann oder sehen das Spirituelle nicht so sehr. Aber die sind halt treu und die sind beständig und die sind für dich da. Die sind auf jeden Fall hier für dich da, wenn du sie brauchst. Oder ihr seid füreinander da, so kann man es auch sagen. Okay, jetzt haben wir das Ende gerade erreicht schon. Also das wäre ja hier schon wieder vom 10. bis zum 20. Äh, sorry. Vom 20. bis Ende Februar hätten wir ja hier. Also wie geht es euch allgemein, psychisch, physisch ungefähr? Da hätten wir die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe zeigt eigentlich, dass du überfordert bist vielleicht mit einer Situation. Entweder mit deinem gesundheitlichen Zustand, wenn du schon angeschlagen bist. Oder du erwischst eine Erkältung und die nervt dich halt. Oder du fühlst dich überarbeitet irgendwie. Oder du bist mit irgendwas gerade so ein bisschen am Rande von allem. Schau einfach mal, ob du vielleicht jetzt schon siehst, wo du dich überfordern könntest. Und da vielleicht dagegen steuern könntest, ja? Das finde ich immer so ganz interessant, wenn man schon sieht, aha, da wird es mir vielleicht nicht so toll gehen am Ende vom Monat. Da kann man dann doch nochmal gucken, dass du vielleicht, genauso wie mit dem Beruf hier, die Kundengewinnung am Anfang legen. In der Mitte wird es ruhig, ja? Wenn man sowas schon sieht, dann kann man dann hier wirklich ganz gut entgegenwirken. Vielleicht hast du dir hier auch zu viel aufgebürdet, sag ich mal, und ein bisschen zu viel irgendwie an Sportaktivitäten eingeplant. Und dann kommt noch Job und Zeug und Sachen und irgendwie andere Hobbys. Und dann stehst du da und denkst dir, puh, ich habe mir zu viel aufgeheizt. Also da würde ich mal ein bisschen aufpassen, was das angeht. Die Karte kann auch ein Zeichen für Zunahme sein. Gewichtszunahme. Also ich meine, die Münzen, die sind gesund und alles und hier auch aktiv irgendwie. Aber die Münzen, die genießen auch das Leben. Die sind auch sinnlich. Also wenn es um zu viel Essen geht, dann würde ich hier nur ein bisschen schauen. Weil das kann auch ein Indikator sein, die Karte. Gut. Wir haben jetzt hier weiter. Hätten wir die Arbeit mal wieder. Und da habe ich ja auch schon gesagt, da kommt Konkurrenz. Also auch wirklich ein Wettbewerb mit anderen Kollegen vielleicht. Vielleicht geht es ums Geld. Also es ist, wenn du Geld verdienst irgendwie. Und ja, und auf der Arbeit, also das könnte schwieriger sein, weil nämlich ganz, ganz viele da auch sind. Und eben sich diese Lorbeeren auch holen möchten. Also das ist eine Karte von Konkurrenz in jedem Fall. Wenn es um Bewerbung geht, dann wirst du nicht der oder die Einzige sein, die sich bewirbt. Ja? Wenn du zum Beispiel auf Arbeitssuche bist. Das könnte schwierig werden hier. Aber normalerweise ist das ein fairer Wettkampf. Fair, aber halt hart. Also ich meine, der Gewinn ist halt... Also diese Zeiten mit den fünf der Sterbe, aus meiner Erfahrung, finde ich schon immer sehr... Man muss sich doch sehr, 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 sehr durchkämpfen. Also da wird dir nichts geschenkt. Also gar nichts. Also Fokus auf den Beruf wirklich am Anfang vom Monat setzen. Da ist noch alles harmonisch. Am Anfang vom Monat. Okay. Wir haben jetzt hier gerade noch die kreativen Projekte. Also da hätten wir jetzt hier, das ist sehr, sehr schön. Das sind die sechs der Kelche, die sechs der Kelche. Das ist eine Vergangenheitskarte, oft wird die so gedeutet. Du bekommst einen Blick in deine Vergangenheit oder jemand aus deiner Vergangenheit kommt wieder. Oder eine Idee, die du mal früher hattest, verwirklichst du. Ja, auf alle Fälle zeigt es auch die Kindheit an. Da das kreative Projekte sind, vielleicht wirst du da schwanger. Ich will den Teufel nicht an die Wand machen. Oder du hast einen totalen Kinderwunsch gehabt. Dann möchte ich gratulieren. Also es ist eine ganz allgemeine Lebe und meine Lieben. Also wenn ich das jetzt so sage, nicht jeder Schütze wird da jetzt... Ja... Da jetzt tatsächlich schwanger werden, das ist natürlich Quatsch. Aber die kann halt einfach ein Indikator sein für entweder kreative Einfälle, Ideen. Dein Herz geht auf. Du liebst dein Projekt, ja. Ob das deine Band ist, dein Atelier, dein Bild, was du da malst. Du bist mit dem Herzen dabei. Und du hast entweder Leute aus der Vergangenheit, die dazu kommen. Oder es geht tatsächlich um Kinder. Ja? Gut. Die Liebe. Also hier geht es leidenschaftlich voran. Hier geht es auch gut weiter. Und hier stoppt es irgendwie. Also etwas Wesentliches nicht ausleben können. Entweder jemand ist gebunden und kann nicht weitergehen in dieser Beziehung oder so. Oder es geht um Angst. Oder es geht um sonstige Blockaden oder Alchlasten, die einer der Partner dabei hat. Oder wenn du auf Partnersuche gehst, kann es schwierig werden, ja. Also da ist eigentlich nichts zu holen am Ende vom Monat. Da geht es dann vielleicht darum, dass hier so, vielleicht kannst du hier was draus machen. Aber vielleicht war es auch einfach nur ein heißer Flirt. Ich meine, das sind hier Stäbe. Stäbe sind nicht so die romantischste Liebe. Aber die sind halt draufgenossen und das ist ja auch einfach mal Lebensfreude, ja. Nur hier geht es dann damit nicht mehr so gut weiter. Okay, dann hätten wir das soziale Umfeld. Allgemein einfach alle Menschen, die dich umgeben. Okay, das sind dann die Liebenden. Also, wow. Du hast ein sehr schönes Umfeld in Familie, Freunde. Entweder es gibt in deinem Umfeld, in deinem näheren Umfeld eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist es auch diese Entscheidung hier. Ja, vielleicht wird dich in der Liebe etwas entscheiden, weil es ist ja auch die Liebenden, ne. Das ist ja eine Liebeskarte, aber die wird auch gedeutet als einfach eine Entscheidung. In deinem Umfeld wird eine Entscheidung getroffen. Vielleicht hat es was mit der Liebe zu tun. Vielleicht hat es auch hier was mit dem Job zu tun, ja. Aber auf alle Fälle sind es sehr herzliche und sehr liebe Menschen, die dich da umgeben. Okay, also meine lieben Schützen, das war für euch die Liebung für den Februar 2016. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mein Video teilen würdet und den Kanal abonnieren würdet. Okay, und wünsche euch noch eine schöne, angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Sayung. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.